Ja, hallo liebe Bowling-Freunde! Es ist soweit! Ab 1. Juli bis 12. August startet unsere Bowling-Meisterschaft im Top-Bowling Neuetting. Mehrmalige Teilnahme in der Vorrunde möglich, um die Chance auf ein verbessertes Ergebnis zu haben. Neu auch mit einem Wanderpokal für den Sieger. Bei dreimaligem Gewinn bleibt dieser beim Bowling-Champion. Also einfach vorbeikommen, ohne Anmeldung, werdet du der Bowling-Champion 2021. Auf euer Kommen freut sich das Team von Top-Bowl Neuetting.